Und wie? Pass auf, der Weg ist vor. Die Feuerwehr kommt jetzt bestimmt auch. Ich steh'n wir mal im Urlaub. Ja, endlich mal! Ich gehöre hin. Wie ist das los? Sie müssen sich mit den Gedanken einander in den Rollstuhl öffnen und nicht mehr. Sie sind richtig. Ich kann nicht in den Rollstuhl gehen. Herr Reichenbach, Sie sind doch nicht dabei. Ich ähle mich so schön von meinem Körper. Bleiben Sie sicher. Ich will nicht einfach so da eben gehen. Aber du weißt mir doch gar nicht aus. Das Wichtigste ist jetzt, dass du ihn schon probierst haben. So schnell wie du siehst. Ich lass mich zu deinem Leiter in diesem Lebensjahr gestalten. Denn dieser verdammte Klack hat einfach mal so gut. Wie kann man hier das nie wieder? Wie der Alper reich war. Im Hochschul in der Schale gespürt. Aber wie hat dann seine Frau so gestimmt? Ich lass mich nicht mehr holen. Ich lass mich nicht mehr holen. Mhm. Frau Reichenbach habe ich erinnert. Aber wie du? Sie wissen es nicht, aber die Möglichkeit besteht. Und darüber sollten Sie sich endreden. Sie wissen doch, dass er mit allem alleine fertig ist. Wenn ich dann hat er ja sie. Ich bin dann doch völlig überschüssig. Kein Misty in einer solchen Universität.